Mein Lieblingsinstrument ist jetzt das neue Kontrafagott. Das ist der Tredelang vernachlässigt, wurde von Komponisten vergessen, von Musikern verachtet. Wenn man eine Anzeige liest, es wird ein zweiter Fagottist gesucht, der noch gestern mit Verpflichtung zum Kontrafagott. Oder auch von Herstellern einfach in diese Kompaktform degradiert. Die zu gut zur Geltung kommt und optisch ausreichend seinhaft ist. Ja, jetzt habe ich dann mit der Firma Amati dieses neue Kontrafagott in Hochform entwickelt. Und hören Sie selbst. Ja, jetzt habe ich das. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.